Oh, ich glaube, jetzt wird er da so rausgespritzt, oder? Ich glaube, wenn wir ihn jetzt ziehen, dann spritzt es da so raus. Der Arme. Nee, doch nicht. Noch nicht. Vielleicht müssen wir jetzt die ganzen Eichen, also die Eiche irgendwo reinstecken. Quasi, weißt du, dass wir die sozusagen zumachen, dann erhöhen wir ja den Druck auf den anderen. Checkst du? Ich glaube, wir müssen hier das jetzt zumachen. Und das halt bei allen machen, dann wird der Druck ja immer höher bei den anderen. Simple Physik. Aber wir brauchen noch einen dritten, glaube ich. Oh, fuck, 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 fuck. Oh. Nee, wir können einfach mit der, ganz kurz. Ja, wir können auch einfach weiter, ja, wir machen das für den Knochen, glaube ich. Du willst einfach nach rechts oben und weiter, aber ich glaube... Ich will nur gucken, ob es geht. Ja, okay. Oh. Wenn du mit einer Eiche da raufgehst, dann steckt sie sich automatisch rein, kann das sein? Ja, kann sein.